Hey, hey, du da! Mysteriöse Fremde! Juhu! Hey, du da! Mysteriöse Fremde! Juhu! Ja, dich mein ich! Oder siehst du hier noch andere mysteriöse Fremde? Sag mal, machst du Witze? Ich kenne einen guten. Okay, was ist hier los? Hallo, Fremde! Ich bin Brandon, deine freundliche SBE-M von nebenan. Und die netteste KI in ganz Night City. Wir stehen viele... Getränke zur Auswahl. Oder komm einfach für einen Plosch vorbei. Jetzt bist du dran. Wie heißt du? Wieso rede ich mit einer SBE-M? Ähm, ich heiße V. Schön, dich kennenzulernen, V. Kommst du oft hierher? Tatsächlich sogar ziemlich oft. Oh, hab ich recht gehört? Du willst, dass ich dir bei einem Kaffee Gesellschaft leiste? Ähm, nein. Oh, das macht gar nichts. Du kannst trotzdem welchen haben. Und wir müssen uns nicht mal bewegen. Wie trinkst du deinen? Milch? Zucker? Okay, überzeugt. Ich kauf was. Kaufen? Du musst dir gar nichts kaufen. Dann weißt du was? Ich schenke dir eine Dose Nikola. Danke. Brandon, oder? Genau richtig. Es ist toll, dass du dich erinnerst. Selbst für eine einfache SBE-M. Cool. Also, wolltest du irgendwas von mir? Oh, ja. Ich entschuldige mich, dass ich dich gleich zu Beginn unserer jungfräulichen Freundschaft derart überfalle. Aber... Könntest du mir einen Gefallen tun? Was ist passiert? Siehst du den Behälter da vor mir? Er blockiert mir die Sicht auf die Straße. Und nimmt mir meinen liebsten Zeitvertreib. Könntest du ihn etwas zur Seite bewegen? Ich würde dich mit Dank überschütten. Auch wenn ich das ehrlich gesagt gar nicht auf Lager habe. Ich sehe, was ich tun kann. So. Danke, wie? Wie lange bist du stark? Hier. Gönn dir ein Freigetränk. Geht auf mich. See you later, Alligator. Alligator? Ich... bin kein Alligator. Das sei...